Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Blacktail Requiem. Weiter geht's mit unserer Reise, wo sind denn die nächsten Vögel versteckt? Das Spiel spielen wir jetzt mittlerweile doch schon seit einigen Folgen, haben wir in der letzten Folge dieses Windmühlen-Rätsel hier gelöst. Man sieht nochmal ganz genau, welche Windmühlen müssen sich dringen, welche müssen stehen. Und dann schafft man es, diesen super tollen Armschutz zu holen, den wir hier gerade auf der Hand haben. Der stärkt uns im Kampf, ich bin froh, dass wir das Rätsel gelöst haben und so bevor wir überhaupt gewusst haben, dass es ein Rätsel gibt. Bevor wir jetzt hier nach unten weiter gehen, da gibt's anscheinend wieder ziemlich viel zu entdecken, würde ich ganz gerne mal... Kommen wir überhaupt da runter? Ja, ich glaub schon, dass wir da runter kommen. Würde ich ganz gerne mal da nach hinten laufen, da wissen wir schon, dass wir nicht weiterkommen. Aber hier möglicherweise. Ich seh schon mal was zum Klettern. Das sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Da unten ist eine Kiste. Was es hier alles zu entdecken gibt, das ist ja unglaublich. Okay, aber diese Kiste sieht nicht aus, als ob wir die leicht bekommen würden. Ah, ja, vielleicht doch, wenn wir von der anderen Seite kommen. Jetzt wäre eine Werkbank nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben zwar da oben eine gefunden, aber ganz ehrlich, wir werden bestimmt noch eine finden. Das wird nicht die letzte gewesen sein, denn wir haben in dieser Schmugglerhöhle von der letzten Folge so viel Zeug gesammelt. Werkzeuge, Zubehör, Nägel und Schrauben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aha. Schon wieder keinen Plan, was wir jetzt machen? Und die sind hier unten angebunden. Ja, machen wir gleich. Wir gucken jetzt erstmal. Die sind hier unten angebunden. Ich dachte, da ist tatsächlich ein Kind oder sowas dran und fliegt mit denen gerade. Und da unten haben wir einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Dort, wo alles angefangen hat. Und eins dieser Schiffe da unten ist wohl unser Schiff, mit dem wir vom Festland hier rüber getuckert sind. Wie gesagt, ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Okay, es gibt da drüben noch zwei Dinge, die wir theoretisch runterjagen könnten. Ist halt nur die Frage, wie wir das am besten machen, denn von hier können wir nicht zielen. Aber vielleicht ja. Von dem Fenster hier, da hat uns nämlich gerade die Kiste bestimmt den Weg versperrt. Okay, du bist gut. Ich sollte dich anheuern. Ich war vorher anders. Ich wurde auch nicht als Schmugglerin geboren. Man tut, was man tun muss. Da waren wir unserer Zeit mal wieder ein bisschen voraus, denke ich. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. So, na gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier entdeckt haben. Aber ich denke, wir kommen hier rein. Und lieber mal ruhig verhalten, bevor wir auffliegen. Es gibt noch viel zu tun. Es sieht doch schon gut aus, Liebling. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus. Das ist fast... Peinlich. Naja, überraschend. Umso mehr Freundlichkeit und Güte ich hier sehe auf dieser Insel, umso eher habe ich das Gefühl... Oh, eine Werkbank. Umso eher habe ich das Gefühl, dass da irgendwas dahinter steckt. Ich weiß nicht genau. Okay, hier ist ein kleines Lager von verschiedenen Stoffen. Helle Stoffe für die hellen Tage, ganz klar. So, und dann können wir gleich mal diese Truhe da drüben öffnen. Und ich glaube, dann müssen wir uns mit dieser Werkbank mal ein bisschen auseinandersetzen. Denn wir haben mittlerweile ganz schön viel gesammelt. Gut, dann an die Arbeit. Und zwar 110 Zubehör. Ach du Scheiße. Ho, 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 ho. Und sogar unseren Armschutz, den wir verbessern können. Na, schau mal einer an. Alles klar. Aber zuallererst würde ich gerne mal meine Schleuder verbessern. Doppelhalterung. Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann Amicia ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Das hat uns schon ein paar Mal das Leben gekostet. Gut, dass wir dem jetzt entgegenwirken können. Das sollte die Sache erleichtern. So, was könnten wir noch freischalten? Verstärkte Bolzen hier unten. Das ist aber ein bisschen zu teuer. Genauso wie die verlängerte Schnur. Eine Verlängerung der Schnur versorgen geschossene Steine mehr Schaden und betäuben den Gegner länger. Klingt cool. Das ist leider auch ein bisschen zu teuer. Das hier könnten wir uns holen. Ach so, Armschutz. Bereits aufgewertet. Amicia, ich will zurück zu den Steinhögeln. Interessant. Durch das Tragen des Armschutzes erholt sich Amicia schnell von Angriffen. Okay, da müssen wir gar nichts tun. Das haben wir schon. Das heißt, wir hätten uns vielleicht diesen Armschutz früher oder später selbst herstellen können oder hätten ihn bekommen und ihn dann eben aufwerten können. Brauchen wir nicht mehr, weil wir ihn da unten schon gesammelt haben. Cool, cool, cool. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal diese scheiß Werkzeuge, damit wir zumindest bei allen Mal auf Stufe 1 sind und holen uns das Verwertungswerkzeug. Ein Verwertungswerkzeug eignet sich per Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Pyrite und Bolzen. Viel besser. So. Und dann gucken wir mal. So, wir gehen mal wieder ganz langsam. Da wird anscheinend noch... Äh, werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Das eine ist hier schon schön geschmückt. Die auf der anderen Seite kommen dann noch blühe. Und mittlerweile wissen wir ja auch, wo die herkommen, nämlich genau von da hinten. Schön, schön, schön. Das ist irgendwie wieder ihren Markt. Mal gucken. Okay, da werden wohl auch noch die Dinger hergestellt, für die man, oder wo man dann die Blumen draufhängt. Was können wir denn hier machen? Und die sind wirklich alle freundlich. Guck mal, solche Statuen bauen die hier. Das Holz ist ein bisschen feucht, oder? Ja, aber kriege ich schon hin. Der eine läuft ein bisschen dagegen. Der ist wohl ein bisschen verwirrt von der ganzen Situation hier. Solche Statuen bauen die hier. Und schmücken sie wahrscheinlich schlussendlich dann noch mit Blumen. Wunder, wunderschön. Genau wie da drüben. Nämlich... Dieser Ort gefällt mir, aber wie gesagt, umso mehr Freundlichkeit ich hier sehe, umso eher habe ich das Gefühl, dass da irgendwas ganz Düsteres auf uns warten wird. Wie immer in diesem Spiel hier. Sieh an. Die sehen aus wie Kinder. Mit ihrer Mama. Stimmt, du hast recht. Wofür sind die? Fürs Gebet. Für Leute, die Kinder wollen, aber keine kriegen können. Dann sind sie gut. Ja. Wie gut sich Sophia hier auskennt, wundert mich auch ein bisschen. Denn die war ja, glaube ich, noch nie auf dieser Insel hier, oder doch? Der ist dann mit seinem Pferd beschäftigt. Das wird schon. Dann gehen wir mal lieber in die andere Richtung, bevor sie ihm gleich ausbricht. Kriegen wir die Kronen bis heute Abend fertig. Das schaffen wir schon. Es arbeitet ja hier keiner. Stehen alle nur rum und schauen blöd. Naja. Die schaffen das schon. Bin ich überzeugt davon. Es sieht jetzt schon wunderschön aus. Ganz ehrlich, wenn die jetzt die Arbeit niederlegen würden, würde es auch schon passen. Ach du Scheiße, was ist das da? Du gut, mein riesiger Tempel, oder wie? Was geht hier vor sich? Ein paar wandern im Kreis. Die anderen beten alle. Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Glutbett ruhend. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah. Irgendwann wirst du es verstehen. Also die beten hier quasi alle, um Kinder zu bekommen. Und diejenigen, die keine mehr bekommen können, gehen in diesen Tempel und lassen sich dort nochmal segnen. Interessant, interessant, interessant. So, ich glaube da hinten ist dann bald unser Weg zu Ende, so wie es aussieht. Ich würde aber trotzdem nochmal ganz kurz einen Weg zurückgehen. Denn wir müssen gucken, wo die Vögel aufgebaut sind. Da oben sehe ich zum Beispiel einen. Mal gucken, was die Kinder hier machen. Ob wir mit denen kurz quatschen können vielleicht. Juhu, ich bin der Sohn der Glutasche. Bist du nicht? Doch, guck mal. Ich beherrsche die Sonne. Tch, du machst rein gar nichts. Ich zeig's dir. Hier, wart nur ab. Wir sollten am Fluss spielen. Sie gehen aber nicht zum Fluss, alles klar. So, der Vogel guckt in diese Richtung. Das heißt, der nächste Vogel müsste irgendwo da hinten rumstehen. Das ist irgendwie ein magischer Ort hier. Ich weiß nicht genau, was ich von dem halten soll. Einerseits bin ich verliebt. Aber andererseits auch irgendwie misstrauisch. Weil das hier alles fast ein bisschen zu schön ist. Bist du müde, Ugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß. Aber wunderschön. Ich mag sie. Gut. Es war nicht leicht. Aber ich bin froh, hier zu sein. Guck mal. Noch ein Vogel. Er schaut auf die Säulen. Das ist spannend. Sehen wir nach. Ich hab das Gefühl, wir laufen hier irgendwie im Kreis. Aber bevor wir da nachsehen, würde ich ganz gerne nochmal da nach unten gucken. Einfach nochmal zum Schauen, was es da noch möglicherweise gibt. Nochmal kurz zu diesem Altar hier am Wegesrand. Dann schauen wir uns die paar Stände da unten an. Und dann gucken wir mal, wo uns der Vogel denn jetzt hinführt. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Denn langsam aber sicher sollten wir, glaube ich, das Ende bald erreicht haben. Wir sind mittlerweile doch schon durch einen großen Teil des Areals durch. Da hinten sieht man noch unser Haus, wo wir hergekommen sind. Weit entfernt. Lecker Schmecker. Guck mal einen an. Da wird wieder Brot verkauft. Okay, ich dachte gerade, mit dem können wir interagieren können. Aber gar nicht. Ein Blumenverkäufer. Danke, danke. Aber wir haben auf unserem Weg schon so viele gefunden. In der prallen Sonne werden die wohl nicht so lange halten. Der hätte seinen Stand vielleicht auf der anderen Seite aufbauen sollen. Naja, wusch. Die Unterhaltungen sind immer wieder dieselben. Da würden wir schlussendlich dann auch irgendwo weiterkommen. Aber ich würde ganz gerne jetzt erstmal mich hier noch ein bisschen aufhalten. Das ist, glaube ich, der letzte Teil, den wir sehen können. Da drüben ist ein Feuer. Und ich glaube, ist nicht hier irgendwo diese Burg, die wir da entdeckt haben? Da ist die Burg. Hier würden wir schlussendlich wieder rauskommen. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Also, ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen. Was ist das? Das ist komisch. Na gut, gucken wir uns hier nochmal. Das ist ein Grab. Gucken wir uns hier nochmal bei den letzten Plätzen um, die wir hier so finden können. Es gibt hier so viel zu entdecken. Das ist unglaublich. Ein Hügelgrab. Interessant. Habe ich auch noch nichts gehört davon bis jetzt. Aber man lernt ja nie aus. Oh, die Imker. Oh, die Imker. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die haben sogar, uh, die haben dieselben, dieselben Charaktere verwendet. Amicia. Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Die haben dieselben Charaktere verwendet hier. Uh, 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 uh. Mit den Imkern haben wir ja ein... Ne ganz gute Erfahrung gehabt. Und zwar ganz am Anfang vom Spiel. Die wurden ja überfallen und wir waren mittendrin. Und die haben uns dann dafür verantwortlich gemacht. Das war die ersten... Die ersten Male, wo wir getötet haben. Und das erste Mal seit langem, dass Ilgu seine Fähigkeit... Mit dem glotzenden Vogel. Ich weiß. Er ist unsere heißeste Spur. Folgen wir ihr. Äh, was würde ich jetzt sagen? Seine Fähigkeit, die Ratten zu kontrollieren, wie der benutzt hat. Was ist da oben passiert? Wir müssten eigentlich den Voll... Äh, den Vögeln nachlaufen. Aber ich bin mal wieder überall unterwegs. Also hier geht's definitiv noch nicht nach oben. Da suchen die Soldaten und die Bauern... Gerade nach den Blumen, die hier anscheinend... Ja, komisch, oder? Wie ich mich dann fühlen müsste. Verstehe. Wie viele hast du? Ich will's nicht wissen. Aber ich fühle mich nicht schlecht. Das macht mir Angst. Du bist bestimmt... Oh, ich habe dein Handwerk beobachtet. Ich bin nicht überrascht. Ohne dich wäre ich schon tot. Ja. Naja, wie viele haben wir denn schon umgebracht? Ein paar... Hundert. Es haben schon einige dran glauben müssen. Leider Gottes. Hallo Holzfeuer, redest du mit mir? Der redet nicht mit mir. Okay, ich glaube, wir haben wirklich jeden Platz abgesucht, den es hier zu entdecken gibt. Ich glaube, wir waren tatsächlich bis jetzt... Was ist das denn hier unten schon wieder? Alter, wir enden hier im... Hey, sehen wir uns das mal an. Wir werden hier nie fertig. Amicia, ich will zurück zu den Steinhögeln. Danke für den Rat. Na, jetzt sollten wir uns doch das gerade mal anschauen. Hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen. Damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Erinnert mich ein bisschen an Stonehenge hier, halt nur mit kleineren Steinen. Wie interessant das alles aussieht. Und ich denke mal, das ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass es hier ein Schmugglerversteck gibt. Aber das haben wir ja mittlerweile schon ausgenommen. Das ist nämlich genau das, was wir entdeckt haben, dort hinten bei den Windmühlen mit der Nummer 3 markiert. Wahrscheinlich gibt es hier noch ein paar Hinweise verstreut über die gesamte Insel, kann ich mir gut vorstellen. Die eben darauf hindeuten dann, welche Mühle muss laufen, welche muss stehen. Aber wir haben ja einfach mal ein bisschen durchprobiert. Einfach mal ein bisschen durchprobiert, durchgeschaut und dann hat es lustigerweise geklappt. Das Rätsel zu lösen, bevor wir noch überhaupt gewusst haben, dass es ein Rätsel gibt. Auch interessante Herangehensweise, aber es hat funktioniert. So, aber jetzt sollte uns wirklich nichts mehr aufhalten. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles entdeckt, was wir hier in diesem offenen Areal finden können. Und Hut ab, liebe Freunde. Ich glaube, das war das einzige und wahrscheinlich auch das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir so ein offenes Areal hier im Spiel finden werden. Das kennen wir nicht aus diesem Spiel und auch nicht aus dem Vorgangertitel der Blacktail Innocence. Das ist, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit, dass wir so viel hier entdecken konnten. Wow, wow, wow. So viele Hinweise, so viele schöne Sachen, die wir gesehen haben. Und das alles in einer, ich sag jetzt mal, größeren Open, in einem größeren Open World Level. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Super. Aber jetzt geht's wieder um die Steinvögel. Aber warum ist das so abgesperrt hier hinten? Ich meine, das hätte man ja ruhig restaurieren können. Die Mittel werden sie ja haben hier. Mal sehen. Na, gucken wir uns mal um. Das sieht ja auf jeden Fall sehr interessant aus hier. Aha. Irgendwelche Bodenmarkierungen. Mittlerweile wachsen schon die Pflanzen hier raus. Vielleicht sind die auch bewusst hier gesät worden. Vielleicht nutzen sie dieses Theater auch zur Blumenproduktion. Das kann natürlich genauso sein. Ja, da hinten sehe ich eine Kiste. Sehr gut. Ihnen, 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 Mr. Ich sehe die nächste Kiste. Boah, was wir mittlerweile schon gesammelt haben hier. Ist ja unglaublich. So, mal lieber ganz langsam hier durchspazieren. Und ich vermute mal, wir müssen auf die andere Seite lang. Einmal durch das Feld hindurch. Ah, deswegen sind die also hier. Weil wir ja wahrscheinlich mit ein bisschen Teer hier dagegen schießen müssen. Ein bisschen Teer und Ignifer macht eine schöne Flamme draus. Oder wir schießen in einen Topf mit Ignifer. Das könnte auch funktionieren. Gucken wir mal. Probieren wir mal. Hoppla, das ist Udores. Das brauchen wir nicht. Das ist es, Ugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia. Da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Ugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da... Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie las Madres. Die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne! Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los! Ja, jetzt wird geklettert. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab, dass die hier genau gewusst haben, was das für eine Zeichnung sein soll aus dem Orden. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was das hier für eine Zeichnung war, wo wir die jemals gesehen haben. Möglicherweise ja bei Magister... Äh, nicht Laurentius. Äh, Baudin. Bei Baudin. Laurentius. Achso, hier kommen wir gar nicht raus. Hoppla. Kommen wir überhaupt drauf? Ich glaube nicht. Es gibt keinen Weg nach oben. Wir müssen da drüben weiter. Alles... Uh, alles klar. Da ist noch eine Kiste. Ähm, bei Baudin meine ich natürlich. Kann sein, dass wir die Zeichnung dort gesehen haben. Es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Es werden wichtige Orte markiert. Und die Mütter, Les Madres oder die Zähne, sind wohl einer der wichtigen Orte. Und wenn diese Zeichnung schon hunderte Jahre alt ist, wir haben hier oben den Phönix und den Sohn, wir haben auf dieser Seite die Hügel und wir haben hier die Stadt, beziehungsweise die Kirche. Dann hat das hier schon eine jahrhundertealte Geschichte, dieser Ort. Und wir sind mittendrin in dem Ganzen. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen in diese Richtung und machen dann mal... Na, gucken wir natürlich mal. Wir haben einerseits die Wache am Tor da drüben. Mit der können wir vielleicht mal reden. Vielleicht hilft uns die ja weiter. Andererseits haben wir da oben dann den versperrten Weg, weil ja dort die Blumen umgekippt sind. Außer, die haben mittlerweile schon alles zusammengeräumt und wir würden dort weiterkommen. Das wird sich herausstellen dann in der nächsten Folge. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Ich denke, so viel kann man sagen. Und dann nach oben müssen wir gehen. In dieses Gebäude, mitten im Berg drin, mitten in den Zähnen, mitten in Les Madres. Und dann gucken wir mal, ob uns dort tatsächlich geholfen werden kann, beziehungsweise nicht uns, sondern unserem kleinen Bruder Hugo. Denn langsam wird's knapp werden. Er hat nicht unendlich lange Zeit. Und das wäre jetzt schade, wenn wir kurz vorm Ziel noch verlieren würden. Wir müssen einen richtigen Weg finden. Und ich denke mal, wir sind dem Ziel ganz nah gekommen mittlerweile. Wir werden gucken, was die nächste Folge alles so für uns vorbereitet hat. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Runde hier von der Blacktail Requiem. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.